Ja, hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Outdoor Heinz und es ist Taschenmesser Zeit auf Outdoor Heinz. Ihr habt es ja sicherlich schon gemerkt, ich möchte dieses Jahr mal verstärkt auf den Bereich Slipjoint Taschenmesser eingehen und habe da auch schon ein paar Videos zu rausgehauen, ich hoffe auch mit ein paar interessanten Messern für euch und ich habe heute ein neues Taschenmesser für euch mitgebracht, wobei ich bitte nochmal sagen muss, es ist kein wirklich neues Taschenmesser, denn es ist ein Taschenmesser, das wirklich schon einige Jahre auf dem Markt ist. Ich persönlich habe es noch nie besessen, aber ich finde es hat ein absolut cooles Review hier auf Outdoor Heinz verdient, denn ich finde es ist ein wirklich sehr, sehr guter Vertreter für den Bereich Slipjoint Taschenmesser, das heißt 42A konform, keine Verriegelung mit Slipjoint, eine Rückenfeder, ja die einzige Hemmung, damit das Messer einklappt und dementsprechend jederzeit überall zu führen, außer, und das ist die große Ausnahme, die ich 2020 jetzt immer öfter mal in den Videos erwähnen möchte, achtet bitte darauf, wenn ihr euch in einer Messerverbotszone befindet oder auf öffentlichen Veranstaltungen, sollten natürlich keine Messer mit dabei sein. Nur so als Tipp. Es geht heute um das, ich kann es nicht so genau aussprechen, ja, um das, ich sag jetzt Ruke oder Ruike oder Ruki Knife L11-G. Auch wenn ihr es jetzt noch nicht so genau seht, seht ihr es gleich, denn wir gehen jetzt in die Tabletop-Version dieses Videos und schauen uns das Ganze mal vom Nahen an. Also, wenn ihr Lust habt, bleibt mit dabei. Bis gleich. Ja, und das ist es auch schon, das Ruki oder Ruike L11-G. Es ist ein großes Taschenmesser, das kann ich direkt schon mal sagen. Wir haben hier nämlich im zusammengeklappten Zustand eine Gesamtlänge von guten 11 cm, das heißt, auch große Hände, so wie meine hier, haben hier wirklich viel Platz am Messer. Wir haben einen Clip, der ist nicht umsetzbar und wir haben hier hinten einen Glasbrecher, ich glaube, den kann man abschrauben. Und hier haben wir einen coolen Pichette, um auch mal die einfachsten Dornen so, zack, aus der Hand rauszunehmen. Finde ich ein richtig cooles Gimmick, ist hier in der Griffschale verbaut, der Schacht, und ist auch wirklich cool gemacht. Slipjoint bedeutet, ihr habt hier keine Verriegelung. Das Ganze wird nur von der Rückenfeder gehalten und die Rückenfeder, das sage ich euch direkt hier am Anfang des Videos, die hält, was sie verspricht. Die ist also wirklich schön stabil. Vergleichen möchte ich es mit der Victorinox A-Lox-Serie. Die hat wirklich eine ähnliche, ja, wie nennt man das denn, Rückhaltekraft oder Spannkraft wie eins der A-Lox-Messer. Und es ist wirklich ein sehr gefälliges, schönes Taschenmesser. 12C27 ist der verwendete Stahl, also ein rostfreier Sandwick-Stahl. Ganz, ganz klassisch, wirklich auch schön verarbeitet, was das Zahlengewirr war mit den Buchstaben. Hier bedeutet, weiß ich nicht, schöne Olive-Griffschalen, die sind hier verschraubt, ne, richtig klasse. G10-Griffschalen, innen drin, sauber aufgeräumt. Die Griffschalen, also die Platinen hier, die Stahlplatinen sind nochmal skeletiert. Das sieht man hier sicherlich leicht, um nochmal ein bisschen Gewicht zu sparen. Denn das Messer hier ist ein wirklich, ja, wie soll ich sagen, es ist ein echt schönes Alltagswerkzeug. Klingenstand würde ich mal perfekt nennen. Und ihr habt hier wirklich auch ein schönes Taschenmesser, einen schönen Flachschliff als Klinge. Und ja, technische Daten blende ich euch wie immer mal eben kurz hier ein. Dann können wir die ganz kurz abreißen mit der Klingenlänge und der Grifflänge. Aber ich sage euch direkt, auch große Hände haben an diesem Griff wirklich mehr als genug Platz. Da braucht ihr gar keine Sorgen haben. Wer nicht so auf schmale Taschenmesser steht, der sollte hier vielleicht nochmal drüber nachdenken. Weil es ist schon nicht das aller dickste Taschenmesser. Liegt super in der Hose. Vor allen Dingen mit Hilfe des Clips kann man es schön in der Hosentasche auch festklippen, dass man nicht halt kramen muss. Ein schönes, gefälliges Alltags-Helfärchen, würde ich jetzt mal behaupten. Auch wenn ihr hier jetzt so seht, wenn man hier so mit arbeitet, ich finde, hier kann man wirklich gut kontrollieren. Und ihr seht auch hier sicherlich, meine Handschuhgröße 10 findet hier mehr als genug Platz an dem Griff. Ein kleines bisschen ist sogar immer noch übrig. Eine Schlaufe jetzt oder so finde ich nicht, aber das braucht auch nicht. Wer den Clip nicht haben will, macht den einfach ab und setzt die Schrauben ein, fertig. Ja, und mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist zwar ein sehr kleines Video für euch, aber was soll ich jetzt noch dazu dichten? Das LL von Rookie oder Rook ist einfach ein richtig cooles Taschenmesser. Fertig, aus. Und das allerbeste ist, es ist wirklich auch noch zu einem schönen Preis zu haben. Nämlich, ich habe das jetzt für, ich glaube nicht, deutlich unter 30 Euro bekommen. So 27 oder 28 Euro, meine ich. Und das finde ich ist richtig, 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 richtig gut. Gut, ich habe es bezogen bei Messer & Co. Wird sicherlich jeder von euch kennen. Da habe ich es gekauft und da habe ich auch wirklich ein richtig gutes Stück bekommen. Einen Link oder so gibt es natürlich wie immer nicht, da ich hier keine Werbung mache. Und wenn ich einen Link euch gebe, dann muss ich immer Werbung einblenden. Und das, ja, das ist alles ein bisschen nervlich. Das hier ist nur Hobby. Ich verdiene damit keinen Groschen, kriege keine Prozente dafür. Ich möchte euch einfach nur ein richtig cooles Slipjoint Taschenmesser vorstellen für einen schmalen Thaler. Und ich finde, einen schmalen Thaler, kann man wirklich bei diesem Messer sagen, der lohnt sich. Ihr bekommt hier wirklich sehr, sehr gute Qualität, sehr gute Verarbeitung, gute Materialien. Und das Ganze wirklich in einem schicken Design und zu einem guten Preis. So, und dabei belassen wir es jetzt auch. Und ich würde mal sagen, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, wie euch das Messer gefällt. Ob ihr das schon kennt oder ob das jetzt mal was Neues für euch war. Ich möchte einfach mich mal so ein bisschen dieses Jahr umschauen, und was es im Slipjoint Bereich so an interessanten, coolen Messern gibt. Egal, ob schon bekannt oder wieder neu entdeckt. Ja, das ist so ein bisschen, das habe ich mir so ein bisschen mal auf meinen Terminplan geschrieben, dass ich mich da mal ein bisschen umschaue. Und es ist tatsächlich so, auch wenn ihr es mir noch nicht glauben könnt, aber ich habe tatsächlich alle Slipjoint Taschenmesser noch bei mir oben im Regal stehen. Ich habe noch kein einziges wieder verkauft, weil ich einfach jetzt gerade im Moment Lust habe, die Teile so ein bisschen zu sammeln. Und solange die halt nicht wirklich teuer sind, finde ich, kann man das auch wirklich gut mal machen. Und so ein Slipjoint Taschenmesser kann man immer mal wieder austauschen und wechseln. Und das stört auch nicht im Alltag und das stört auch keinen anderen im Alltag. Und ja, sind halt coole, kleine Helferlein. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Video hier auf AutoHeinz. Im Moment habe ich mal letztens geguckt, sind wirklich nur gerade mal 30 Prozent der Zuschauer hier auch Abonnenten. Das heißt, wenn ihr Bock habt und mir ein kleines bisschen helfen wollt, also so ein bisschen Support geben wollt, dann drückt gerne den Abo-Button. Würde mich super freuen und ich freue mich natürlich auch über jeden Kommentar zum Video. Und dann würde ich sagen, bis bald hier auf meinem Kanal. Ciao, Leute.